Es ist soweit Inas Nacht heute mit dem witzigen Ralf Schmitz, der ist wirklich lustig, mein Gott, hätte ich gar nicht gedacht. Dann der noch lustigeren Dattmar Koller, die ist auch wirklich lustig, hätte ich auch gar nicht gedacht. Dann mit meiner Lieblingsband der Woche Ruben Kossani und mehreren Bierkisten, mit denen das Glasblas-Sing-Quintett Musik macht. Kann losgehen. Es ist eine laue Hamburger Nacht und ich freue mich. Oh, meine Schenti-Jungs, ihr habt euch aber heute auch drapiert. Warst du sonst auch dabei? Ist es so? Guck sie dir an, sind sie schnieke, Hamburg, die schönste Stadt der Welt. Und da, wenn wir schon mal reingucken wollen, meine Baiten am Spielen. Man fragt sich das Thema Amor. Man hört es schon. Moin, Kinas! Moin! 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 Oh, gut, ganz schön! Oh, amore! Oh, amore! Oh, amore! Oh, amore! Oh, amore! Oh, amore! Koch, wir trinken, schon einer kann den Text nämlich nicht. Oh, amore! Amore, amore! Gut, 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 gut. Ihr ist aber auch ganz nett. Unverschämt, er ist noch gar nicht bei mir am Dresden. Schon sind andere Frauen auch ganz nett. Nein, gar nicht. Das kann man dann nachsagen. Nein, gar nicht, okay. Amore, ich mag das Lied so gerne. Ich auch, ja. Deswegen will ich gar nicht, dass es aufhört. Ich auch nicht. Okay, Jungs. Das war's für dich. Ba, 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 ba! Weißt du was? Ja. Geht schon los, geht schon los. Ja, wir sind schon total drauf. Ehrlich? Ich hab mir hier eine Ecke gebaut. Und da hab ich kleine Pfefferminzbonbons drin und ich... Ne, noch kurz zwei, drei. Ist auch Pfefferminz drin. Ich hab nur eine geraucht und du rauchst ja nicht. Ne, ich rauch nicht, das stimmt. Ich rauch ganz manchmal. Ehrlich? Du rauchst viel? Nicht viel. Mach nix. Komm doch drauf an. Mach nix. Ne. Finde ich schlimm, ne? Du findest Rauchen noch ganz schlimm, dachte ich. Ja, aber ich, für mich. Du kannst doch machen, was du willst. Hm, aber wenn ich jetzt eine geraucht hab und da ist noch so Restgeruch. Ja. Wenn man hier jetzt so beieinander sitzt, das ist schon doof, oder? Ja. Ja, das stimmt. Das ist doch so ganz gut. Das ist viel besser. Ja. Das ist viel besser. Was machen wir jetzt? Mh, meine Schuhe. Bitte? Warte mal, ich weiß auch was. Oh nein! Ich kenn auch was. Was ist das? Was ist das? Uh, 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 uh. Was ist das? Das ist, glaub ich, ein Walrosch war das, oder? Ja, Antje, Antje. Ja. Sag mal, du bist ja richtig ausgebildeter Tänzer und Schauspieler und aber auch Sänger. Boah. Ja. Also, du das sagst, finde ich aber auch ganz schön beeindruckt. Das ist ganz schön toll. Ja. Und wie macht man sowas? In einem Lehrgang, also einen Studiengang, oder hast du erst Gesang und danach hast du gesagt, ich hab auch noch ein bisschen Schauspielerei und dann hat sich auch noch... Ich hab das... Nee, es hat sich so alles ergeben. Ich wollte ja... Also, Schauspiel war ja klar, das war das Erste so. Und dann kam auch ein bisschen Gesang dazu, Gesangstudium so ein bisschen und ein bisschen Gesang gelernt. Und dann hab ich gedacht, jetzt musst du noch Steppen lernen. Dachte ich, so für mich. Steppst du richtig? Ja, ja, pass auf. Können wir das mal... Nee, 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 pass auf. Nein, 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 setz dich hin. Pass auf. Du findest Steppen ganz toll. Ja, ich find's auch ganz toll. Weil ich das nicht kann. Na komm. Und ich dachte, ich rede schnell. Pass auf. Nein. Das war nämlich dann so. Und dann bin ich da rein in die Ballettschule und hab gesagt, hallo, ich möchte ein Steppen lernen. Und dann hat die geguckt, die Ballettmeisterin hat mich gesehen, hat gesagt, hat gedacht, hat sie mir hinterher gesagt, oh, ein Mann. Ein kleiner Mann, aber ein Mann. Und Männer sind ja sehr rar beim Ballett. Ist das immer noch so, ne? Immer noch. Und dann hat die zu mir gesagt, pass mal auf, du lernst erst so ein bisschen Ballett, so. Du lernst ja genau die Bewegung, so. Du lernst so aus dem Handgelenk. Und dann hinterher Ballett lernst du so und dann lernst du dahinter noch Steppen. Auch einfach so. Und dann hab ich eine komplette Ballettausbildung gemacht. Steppen. Steppen hab ich dann viel später gemacht. Ich kann's aber nicht gut. Aber Ballett war ja richtig so mit, das ist ja auch ein bisschen mädchenhaft, oder? Das stimmt, man sieht ganz schön, also es ist sehr eng alles, was man so anhat. Aber du bist ja auch sehr schmal gebaut, also es sieht ja bei dir alles gut aus. Ja, da kommen die Sachen richtig zur Geltung. Das hat die Vorteile. Wenn der Rest so dünn ist, dann ist ja das... Ein Traum, das toll ist, wenn du dann streust, dass du nicht schwul bist, dann bist du richtig vorn. Das ist ganz geil. Sag mal, hast du nie unter deinem Namen gelitten? Nee, nie. Wieso? Ralf Schmitz. Die fragen mich alle, ob das mein Künstler ist. Nein. Doch, es gibt Leute, die sagen, Ralf, ist das Ihr Künstler? Ich sag, ja, eigentlich heißt ich Frank Müller. Nee, wirklich, man hat mich damals... Also ich heiße jetzt auch Müller, ich leide da auch nicht drunter, aber ich bin auch nicht so berühmt wie du. Und Frau Müller hier an der Bar heißt auch Frau Müller, obwohl die gar nicht mit mir verwandt ist und gar nichts. Aber das ist meine Frau Müller. Ja, eben. Und Schmitz ist eigentlich eh nicht. Guck mal, da bringt Frau Müller schon Bier. Jetzt wird's gemütlich, Genas! Was möchtest du denn trinken? Haben Sie keinen grünen Tee hier? Du willst nicht wirklich grünen Tee? Ich liebe grünen Tee. Haben Sie grünen Tee? Frau Müller, der will grünen Tee. Deswegen hast du auch keine Freundin. Frau Müller, haben Sie... Wer sagt denn das? Ich keine Freundin? Ja, jetzt geht's aber los. Das hab ich gelesen. Wo hast du das denn gelesen? Das war Alkohol. Bitte? Machen wir gleich. Äpfel, du willst jetzt nicht wirklich grünen Tee? Gründe nicht? Das wird ja ein toller Abend. Wieso ist doch Hamburg... Frau Müller, ich hätte gern Bier. Ich kann auch ohne Alkohol sehr lustig sein. Ja, das glaube ich. Ich kann auch saufen ohne lustig zu sein, genau. Jedenfalls, ähm, Name muss ich noch mal eben, weil ich hab was gemacht, ich hab gedacht, wie viele Ralf Schmitze es wohl hier in Hamburg gibt, weil ich bin der Meinung, Ralf Schmitze zu heißen ist nicht so easy und damit eine steile Karriere zu machen. Hat zu dir schon mal einer am Telefon gesagt, sind Sie der Ralf Schmitze? Ja. Ehrlich? Ja, ist mir passiert, ich hab die Auskunft angerufen. Und haben die das gesagt? Und das ist ja richtig teuer, du das sagst. Und dann hab ich da angerufen, sind Sie eigentlich der? Ich sag ja, ach, da wollen Sie, wir haben den Fernseher so ein Ding. Ich wollte aber eigentlich die Nummer von... Ja, aber würden Sie mal, ich wollte mal fragen. Meine Mutter wollte auch gerne mal vorbeikommen. Haben Sie ein Autogramm? Haben Sie mal ein Autogramm? Haben Sie mal ein Autogramm? Haben Sie mal ein Autogramm? Das war ein sehr lustiges Gespräch. Und gibt es denn nicht so viele Ralf Schmitze, meinst du? 312,80 Euro, bitte? Gibt es denn nicht so viele Ralf Schmitze? Guck mal, wie viele es in Hamburg gibt. Bei uns ja. Ich bin mal rumgelaufen. Echt? In Hamburg? Guck mal. Hallo, wie heißen Sie denn? Ralf Schmitz. Na ich doch. Und hallo, wie heißen Sie? Ralf Schmitz. Ralf Schmitz. Ich heiße Ralf Schmitz. Ach, wie toll. Und Sie? Ich heiße auch Ralf Schmitz. Gibt es doch nicht. Ralf Schmitz. Oh, und wie heißt der Kleine? Das ist Ralf Schmitz Junior. Ach, wie süß. Darf ich sagen, wie du heißt? Ralf Schmitz. Auch Ralf Schmitz? Ja. Und du heißt? Ich heiße auch Ralf Schmitz. Ralf Schmitz. Ralf Schmitz. Ralf Schmitz. 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 Ralf Schmitz. Schönen guten Tag. Hier, guck mal. Gibt es doch nicht. Guck mal. Gibt es nicht, ne? Ach, hallo. Na, wie heißt du denn? Ralf Schmitz. Gibt es doch nicht. Ralf Schmitz. Glaubt man nicht, ne? Ralf Schmitz. Warum? Ralf Schmitz. Nein. Und Sie etwa? Ralf Schmitz natürlich. Oh, wie toll. Wie toll, wie toll. Ihr seid doch. Darf ich mal fragen, wie heißt ihr denn alle? Ralf Schmitz. Ralf Schmitz. Ich muss dann, wir haben einen machen, genau das jetzt. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Das hießen die anderen Ralf Schmitz. Weißt du, ich hab ein bisschen die Hund verliegen. Ja. Das weiß ich nicht. Wie heißt du denn? Ralf Schmitz. Aber wenn ihr hier ein Plakat habt, fängt Ralf Schmitz in der Stadt. Kommt kein Mensch mehr. Dann denk ich so, ich bin doch hier. Ja, aber das waren 5 Minuten Sache und da hießen alle Ralf Schmitz, glaubste. Deswegen frag, willst du mal nachgucken, Hamburger Telefonbuch, wie viele Ralf Schmitze es gibt? Gibt's viele? Weil du könntest ja so einen richtigen, coolen, so einen Speedy-Gonzalez-Flummi-Namen irgendwie, wo man direkt das auch mit dir verbindet. Den will ich ja nicht. Guck mal zum Beispiel Erna Strube, ne, wer ist das? Ja. Joy Flemming. Siehste? Siehste? Und Gertrude Wirschinger ist Penny McLean. Ja. Und Gerd Günther Grabowski ist Gigi Anderson. Siehste? Ja, die haben sich alle so Namen genommen. Gerd Günther Grabowski ist Gigi Anderson. Gerd Günther Grabowski ist Gigi Anderson. Ich wusste, er ist umgebaut, wusste ich doch. Kinas, wenn ihr übrigens Fragen an Ralf Schmitz habt, ne, dann sind da so Bierdeckel und da könnt ihr Fragen draufschreiben und die sammle ich dann nachher ein. Hast du schon gefunden? Nee. Jetzt nicht andere Namen gucken. Ich hab's auch nicht gefunden. Und ich sammle die nachher ein. Ah, hier. Kulis sind da und Bierdeckel. Jetzt kommt dein grüner Tee. Bitteschön. Emma, es gibt überhaupt keinen. Ich mach schon mal deinen Beutel ein bisschen rauf und runter, ne? Ja, mach rauf und runter, das ist gut. Emma, es gibt überhaupt keinen, Ralf. So, und das ist der Witz. Es gibt überhaupt keinen Ralf Schmitz. Ja, so. Das ist das Gemeine. Ich hab dich reingelegt. Es gibt in Hamburg keinen Ralf Schmitz. Hätt ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Du hast doch so viele Leute gefragt. Kannst waren denn nur Touristen. Hier sind alle Ralf Schmitz. In Köln. In Köln gibt es ein eigenes Telefonbuch für Schmitz. Ja, guck mal. Und in Hamburg überhaupt nicht. Das wollte ich dir eigentlich nur als Message sagen. Fand ich sehr lustig. Weißt du, was ich finde, wir singen. Was singen wir denn? Ich guck mal, ähm. Candyman hast du dir doch gewünscht. Ach so, was ich mir gewünscht? Ja, klar. Ja. Sehr gern. Danke. So, jetzt aber mal Prost. Kinders Prost. Prost. Habt ihr da hinten auch schon? Kinders Prost. Oh, ist das gut. Leckerer grüner Tee. Du bist doch so ein riesen Dean Martin Fan. Ja, das stimmt. Und dann haben wir gedacht, singen wir mal so was von Sammy Davis Jr. Hahahaha. Perfekt viel Überleitung, genau. Du hast ja Pappen mitgebracht. Ich hab gesagt, Candyman machen wir nur, wenn wir Pappen haben. Genau. Und ich hab dann gesagt, okay, dann bring ich Pappen mit. Und ich hab für alle Pappen mit. Also nicht für jeden. Ich sag keine Pappenasen, das meine ich jetzt nicht. Aber ich hab Pappen und die halt ich gleich hoch und dann müsst ihr mitsingen. Alles klar? Genau. Oh, der Tee. Oh, ich erwarte große Freude. Große Freude erwarte ich. Ich auch. So, pass auf. Who can take a sunrise? Alles klar. Du hilfst mir. Ja klar. Und ihr singt auch mit da draußen, okay? Alles klar? Okay, alles klar. Ihr auch dahinten. Anstatt einfach eins zu singen, was alle kennen. Sollen wir anfangen? Ja. Okay, da geht's jetzt los. Achtung. Tempo ist okay. Ja, ist perfekt. Tonade ist okay. Tonade ist super, jetzt geht's los. Achtung und bitte. So, who can take a sunrise? O officialsens. So, вот Taoiggle. Sprinkl it with you. Sprinkl it with you. Holden, He読 discourses habe mal wie ein來моiner bei G apel und wie sie power modelenlegen. Ja! You can even eat her dishes You can even eat her dishes Headoom! Ehh! Unhime! Who can take tomorrow Pen the dinner cream In the dinner cream Separate the sorrow And collect them for the cream The candy man The candy man can The candy man can The candy man can Cause he mixes it with love and makes the world taste good Find a chance what any man makes Everything he bakes, satisfying and delicious Talk about your childhood wishes You can even eat the dishes Yeah, 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 who can take tomorrow Dip it in a dream Dip it in a dream Separate the sorrow and collect up all the cream The Candyman The Candyman Yeah, the Candyman can The Candyman can The Candyman can cause he mixes it with love and makes the world taste good Make the world taste good Candyman Candyman The Candyman Makes the world taste good The Candyman Get my hair The Candyman The Candyman Exactly The Candyman Candyman A Candyman 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 And the world taste good Ich kann nicht mehr, man hört die Jungs auch zu spielen. Wenn ich's so mach, wenn ich's so mach, wenn ich's so, 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 so mach, dann kann die sein. Super! Reisch mit! Hey! Du machst sie gut. Was hast du gelernt? Was hast du gelernt? Ja, du bist auch gut. Moin! Moin! Ja, sowas fehlt euch. Komm mal hier hoch. Ich komm mal hoch? Bitte, meine ich. Ich bin noch schön hoch. Du, jetzt muss ich dich was fragen. Ja? Du bist ja Nichtraucher, ne? Du sagst aber, du bist kein militanter Nichtraucher. Das stimmt. Du sagst aber, wenn am Nebentisch, wenn du isst, geraucht wird, dann gehst du schon mal hin und sagst, können sie die bitte ausmachen? Ja, am selben Tisch, da am Nebentisch nicht. Am selben Tisch. Lass mich einfach weiterziehen, ich will auf etwas hinaus. Okay, ich bin sehr gespannt. Du hast also eigentlich nichts dagegen, findest aber, dass Rauchen ein Verbrechen ist. Richtig, so weit war. Jetzt sagst du aber, deine Freundin dürfte rauchen. Was heißt, dann würdest du mit einer Verbrecherin ins Bett gehen? Tierisch gern. Und, hast du einen Freund? Im Moment nicht. Rauchst du? Ja. Yes! Es läuft gut und die Stimme hast du auch dafür. Perfekt. Mach die Kamera aus, mach die Kamera aus, mach die Kamera aus. Was ich eigentlich wollte, du hast auch 104 Jahre alten Kater, ne? Katze, Kater? Das ist ganz falsch. 104 nicht ganz. Aber umgerechnet ist sie, glaub ich, irgendwas im Menschenjahr, wäre sie 130 oder so. Ist das jetzt 23 Jahre jetzt schon? Aber glaubst du nicht, und der ist aber ein bisschen Darmkrank? Sie? Darmkrank? Nee. Die hat doch irgendwelche Darmbeschwerden und so. Ja, keine Darmbeschwerden. Die kotzt wie jede Katze. So. Also. Ich traub Alzheimer und irgendwo, egal wo du bist, in der Bude, du hörst irgendwann. Hu, 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 hu. Und dann? Die kündigen das an, das ist wie so ein Countdown. Nur 10, 9, 8, 7, 8. Jetzt muss ich dich aber ganz ehrlich fragen. Dann rennst du los und machst alles sauber. Wenn du es schaffst, vorher noch, dann ist der Teppich gerettet. Und du findest, dass so eine Katze mit solchen Problemen weniger stinkt, als eine Raucherin in der Wohnung? Das hab ich noch nie gesehen. Und darüber würde ich mal nachdenken. Aber wenn beides da ist, dann hebt sich's ja wieder auf. Da geht noch was. Aber da seid ihr nicht mehr dabei. Nee. Aber es fängt ja auch gerade erst an. Richtig. Können wir mal die Bierdeckel haben? Ich will die jetzt nicht runterhüppen. Oh, das ist gut. Habt ihr die schon eingesammelt? Ja. Macht ihr das öfter? Mein Publikum handelt total selbstständig. Ah, ist meins. Ich bin ja gespannt. Ja, dann lass uns jetzt mal mit Bier probieren. Ich hab noch nie öffentlich Bier getrunken. Und soll ich dir was sagen? Am Ende der Sendung raushaune eine. Juhu! Ich mach alles was ich will. Ich mach alles was ich will. Gruß Stefan lese ich schon mal. Was hat Ralf für Laster und was sind seine Schwächen? Ich bin ungeduldig. Schwäche und ich bin sehr ungeduldig. Wie kommt man? Hätte man nicht gedacht. Ich bin ein bisschen ungeduldig. Obwohl ich selbst auch zu spät komme. Aber ich hätte von dir sofort gedacht, dass du ungeduldig bist. Du redest ja auch so schnell wie ich und ich bin auch total ungeduldig. Das war ja auch Ironie im Spiel. Die haben verstanden. Du hast es nicht kapiert. Achso. Entschuldigung. Tatsächlich. Ich bin ein wenig ungeduldig und perversionistisch so ein bisschen. So beim Arbeiten. Ja. Ja. Das hab ich gemerkt mit den Kärtchen und so. Du warst so vorbereitet. Das hab ich hier noch nie erlebt. Ja, ich selbst noch nie. Deshalb war ich auch überrascht. Ich dachte immer, dass du, guck. Das ist so schwul. Du bist schwul schade. Wer war das? Ja, der wird sich jetzt sicher melden. Da war der Shantikoh draußen. Glaube ich auch. So, siehste. Trinkst du nachher ein Bier mit uns und nicht diesen grünen Tee? Tee. Wer war das? Wer war das? Ohhhh! Hör mal, wir trinken aber nicht nur einen Tee. Und ich bin dabei, ne? Hör mal, ich hab was gelernt. Ich hab was gelernt in Hamburg. Und zwar, nun geht er wieder los hier. Ja, aber so ist er. Nun geht er Wolle los hier. Nun geht er Wolle los? Ja, Wolle los. Ich hab wieder. Ich hab wieder. Ich hab wieder. Ich schnack's überhaupt nicht. Ich schnack's überhaupt nicht. Aber kannst du mir was beibringen? Schönes fieses Wort. Ja. Ich bringe auch eins bei. Die Sonne scheint. Die Muschi grint. Das sei nicht. Deine Katze grint. Deine Katze grint. Deine Katze lacht. Sag doch mal von vorne. Die Sünde schien. Die Muschi grint. Die Muschi grint. So, und jetzt sag du nochmal am Stück. Ne, das kann ich doch nicht. Nun geht er wieder los. Ja. Nun geht er Wolle los. Wir zwei hier. Nun geht das Ding steif oder wie das Ding hieß. Willst du Kinder? Ja. Weil? Die sind klein, lustig, kann man rumschubst und fühl ich ganz gut. Nein, Quatsch. Für die Kinder toll. Der Sinn des Lebens ist ja das Leben selbst. Ich glaube, über diese Aussage freut sich die Frau, die gleich mit dir Bier trinkt am meisten. Ja. Du hast das auch schon mal geklärt. Frauen wollen ja immer gleich wissen, ob der Mann Kinder mit denen trinken will. Könntest du dich in eine große Frau verlieben? Oh, habe ich schon getan. Ehrlich? So ein 3-Meter-Teil? Ja, immer. Verlieben ist doch egal. Also ich habe meine letzte Freundin, mit der ich lange zusammen war. Wie lange denn? Drei Jahre war ich mit der zusammen. Ist das lange? Ist doch relativ lange. Aber jetzt nicht endlos, aber so alt bin ich ja auch noch nicht. Also drei Jahre war ich mit der zusammen. Ganz toll. Du bist 36 oder so, ne? Ne, 33. Entschuldige. Und dann... Mach doch nichts, mach doch nichts. Bist du? Ja. Was für einen Winz möchtest du machen? Dann sage ich dir die Zahl dazu. Nein, ich enthalte mich. Ich enthalte mich. Ich spreche einfach den Satz zu Ende, den ich gerade vergesse. Die war größer als ich. Sogar 10 cm größer. Das ist viel. Und da hast du auch keine Plateauschuhe? Darf ich mal ganz ehrlich was sagen? Es ist mir scheißegal. Wenn man das macht aus Leidenschaft. Eine Frau liebt. Oder ein Auto liebt. Oder irgendwas anderes. Sonst ist das doch okay, oder? Der Herr Ralf Schmitz ist ziemlich toll, finde ich. Und deswegen hören wir jetzt auch ein ganz tolles Lied. Und weißt du von wem? Ne. Stehen da schon? Ruben Kosani. Da gehe ich jetzt mal kurz hin. Du kannst hier bleiben. Tag, Konrad. Hallo. Na. Hallo. Tag, Leo. Hallo, Ina. Hallo, Mama. Na. Das ist wahnsinnig. Das würde gehen. Na, Michelle. Hallo, Ina. Na, ich freue mich so, dass ihr da seid. Und ihr singt mein Lieblingslied Mitgefühl. Oh ja. Ich werde ein bisschen mitsingen. Und zwar so, wie ich es im Auto immer mache. Ich habe das Lied jetzt 1490 Mal gehört. Und endlich werden wir es jetzt mal live von euch. Und ich mache, ich weiß nicht, ob ich richtig singe oder falsch, aber ich singe nur die Stellen mit, die ich kann. Und ich habe mir extra den Shaker, den ihr auf der CD dabei habt, mitgebracht. Und meine Band hat das Lied auch geübt und spielt. Und ich freue mich so. Mein Herz geht auf. Legt einfach los. Juck. Du erscheinst mir so wie sonst. Trotzdem weichst du mir auf. Ich verstehe, was gerade passiert. Dies ist nicht mehr mein Zuhause. Und die Zeit vergisst die Wunden. Die Seele wird bald gesund. Es mag sein, dass es ist wie es ist. Doch aus deinem Mund schmeckt es wie Geld. Erspar mir dein Mitgefühl. Ich will nichts mehr darüber reden. Erspar mir dein Mitgefühl. Für wen vergeudest du deine Tränen? Erspar mir dein Mitgefühl. Ich lass dich los, du lässt mich gehen. Zerkratz mir die Haut. Schrei mich gegen die Wand. Dreh mich mit Füßen. Reiß mir das Herz aus der Hand. Nee, das alles kann mich gut anhaben. Nur eins kann ich nicht ertragen. Das ist dein Mitgefühl. Erspar mir dein Mitgefühl. Erspar mir dein Mitgefühl. Erspar mir dein Mitgefühl. Ich lass dich los, du lässt mich gehen. Ich lass dich los, du lässt mich gehen. Ja, ihr seid die Besten! Fasali! Uwe Fasali! Ach, Jungs, Jungs, Jungs. Danke, Ina. Wisst ihr was? Ihr baut ab und ich spiel mit dir ein Spiel. Perfekt. Halma. Du setzt dich da hin. Ja, so was ähnliches. Ich bin schon da. Also, ich möchte mit dir eine Wette starten. Eine Wette? Frau Müller, wir bräuchten zwei Glas Wodka, bitte. Was? Wodka. Und zwar auch, um uns auf unseren nächsten Gast einzuschießen. Wer kommt denn? Nein, das hören wir gleich, wenn das Spielchen fertig ist. Nimm dir mal fünf Salzstangen, bitte. Oh nein. Doch. Ich ahne, was schrecklich ist. Fünf. Ah, Mikado, wir spielen Mikado. Nein. Sind es fünf? Ja, ich hab fünf. Ich möchte mit dir. Ja. Dass du es nicht schaffst. Ja. Mir von jetzt an. Ja. Alles nachzumachen. Okay. Wenn du das schaffst. Das ist so ein fieser Witz. Wenn du es schaffst, mir alles nachzumachen, dann bist du befreit. Wenn du es nicht schaffst, dann wirst du am Ende eine flotte Sohle mit meinem nächsten Gast dir aufs Parkett legen. Alles klar. Und wir alle singen und spielen dazu. Perfekt. Das Publikum, Ruben Kosani, der Chantichor, wir alle. Okay, alles klar. Wir fangen mal an. Okay. Und los. Ja, ich hab's. Glaube ich. Okay, ich sag schon mal, bitte konzentrieren. Ich konzentriere. Sag schon mal Prost. Prost. Ich denke, ich hab die Wahl. Mhm. Scheiße. Das ist gemein. Aber der war gut. Nee, nee, nee. Der geht nicht. Die Leute haben wir fehlgelacht, denn wir sind bei Linas. Hohohohoho. Okay. Am Schluss wird getanzt. Wir freuen uns schon. Eine heiße Samba. Freust du dich auf unseren nächsten Gast? Ja, ich weiß noch nicht. Wer ist dieser? Ist ne Frau. Da freu ich mich. Könnte dein Cheap sein? Ehrlich? Ja. Sie kommt aus Wien, aus Österreich also. Und ich freu mich so sehr, dass sie da ist heute. Und da, 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 da. Dagmar Koller. Oh, back to be now's night with me. Dagmar Koller, meine Damen und Herren! Let's have a little drink tonight. Dagmar Koller! Oh, ganz cool. Oh, ganz cool. Ich? Du bist zielig? Guck doch mal, bitte. Ja, ich mach ja immer noch was. Da reden wir jetzt mal drüber. Du setz dich mal rein, was möchtest du trinken? Wodka! Oh, hier zwei. Ich hab doch von der Zarellande was gelernt. Ja, können wir noch ein Wodka haben, Frau Müller? Frau Koller, es ist mir eine große Ehre. Oh Gott. Das ist ihr Wodka. Sie wissen, in Amerika sagen die Down the Hedge. Down the Hedge? Hau weg den Scheißer, sonst ist es bei uns. Ich weiß ja nicht, was hier in Österreich ist. Und was sagt man in Österreich? In Österreich sagt man nur Prost. Ich würde gerne auch ein Getränk haben. Und zwar ein Bier, Frau Müller. Ich kann keinen Wodka. Ach so, Frau Müller, ist hier an Tisch 1. Sag mal, ihr bechert aber. Sag mal, ich spür die ganze Zeit etwas. Ist das das Knie vom Ralf? Ja. Nein. Da ist so ein Poller drin hier in der Bank. Das weiß man ja gar nicht. Hey, du bist raus aus der Nummer. Das sagst du nicht. Aber er hat eine alte, damenkranke Kuh. Nee. Eine alte, damenkranke Kuh. Hab ich auch vor. Was gab's? Raubt Sie, hab ich aber nicht. Ja, die wird auch oft gemolken. Ja, ja. So entstehen Gerüchte, Frau Müller. Vielen Dank. Wir fangen mal an mit dem Thema Männer. Ja. Es war doch am Anfang der erste, quasi war doch der Marcel Masseau, in den du dich total verliebt hast. Ja. Aber der ist doch ein Pantomime. Ja. Ich hab das auch alles gelernt von ihm. Und wie war das im Schlafzimmer so? Hat der da weiter gemacht? Da haben wir Licht angemacht, sodass wir alle sehen, was da passiert. Und gezeigt, was er wollte. Frau Koller, da sind wir da. Nein, ich muss das ehrlich sagen. Er war eine große Liebe von mir. Ein großes Vorbild. Ich hab sehr viel gelernt von ihm. Das hast du gesehen. Und der hat mir, der erste Mensch, der mir dann meine Komplexe weggenommen hat, der mir gesagt hat, never play, also spiele nie zuckrige Rollen. Das sind Prinzessinnen und so weiter. Du musst einen Typ spielen. Du bist ein Charakter. Mit der Nase kannst du nur Charakterrollen spielen. Und ich hatte damals Geld gebraucht und ich habe nur Prinzessinnen gespielt. In Paganini, in Gräfin Maritza, im Land des Röchlings, Alächlings. Ja, und das war furchtbar. Und ich brauchte das Geld. Und das alles hier in Hamburg. Und dann endlich ging er auf. Und dann der Marcel Masseau, der war ja 20 Jahre älter als Sie. War das ein Grund, mit dem das zu beenden? Damals, wie ich so jung war, war das nicht so alt. Aber jetzt, wie ich jetzt bin, ich bin jetzt 68 und jetzt wäre 20 Jahre älter, schrecklich. Aber damals, wie ich so 25 war, war 20 Jahre älter. Der wäre auch gar nicht mehr da, glaube ich. Nee, also Männer mit 45 bis 50 ist ein Traum. Ja, du bist noch viel zu jung. Ja, wieso? Du bist ja 35 oder 32. Er könnte dein Sohn sein, ne? Ja, übrigens schaut er aus wie Joel Grey aus dem Film Cabaret. Ich habe ihn persönlich gut gekannt. Das ist nicht Ihr Ernst. Ich schwöre, den muss ich nicht mehr. Ich verehre ihn. Ich schwöre, den muss ich nicht mehr. Ja, wenn du willkommen, fremde, transi, stranger. Schön, dass du da bist. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you. Bleib der Rest des Teens. Du bist aber unser Liebling. Wir gehen mal ein bisschen chronologisch weiter. Und denn jetzt kommt der Hammer. Nachdem du gesagt hast, nein, und Marcel will nur das eine, hast du einen Millionären kennengelernt. Einen Millionär aus Amerika. Du hast meine Biografie gelesen. Und zwar kam der aus Chicago, Millionär, und du hast dich total verliebt. Und dann, nach einer Zeit, als der dich heiraten wollte, du bist sogar ein halbes Jahr da hingezogen, da hast du Schluss gemacht. Nein, weil er hat meine Mutter zu mir geholt. Und das ging dann nicht gut, weil meine Mutter hätte zu ihm besser gepasst als ich. Das wollte er. Er wollte aber nicht. Ist doch egal, wenn der Millionär ist. Wenn ich Geld hatte, hatte er gesagt, er will die junge Dagmar. Und ich habe mir gedacht, er wird meine Mutter nehmen, denn die war sogar zwei Jahre jünger als er. Und beim ersten Sex habe ich ihm dann im Bett weinend gesagt, you are so old like my daddy. Da konnte ich nicht Sex machen. Ehrlich? Und deshalb denke ich immer an die reichen Männer hier, die sich alle 25-Jährigen nehmen. Und das ist so schrecklich für uns jungen Frauen, damals für eine junge Frau, wenn der Mann... Mein Reden. Mein Reden. Aber man tut es doch nur, Frau tut es doch nur für Geld. Nein, das stimmt nicht. Aber die jungen Frauen, sind die nicht mit alten, reichen Säcken zusammen, weil die so viel Kohle haben? Ja, nur. Nur. Ich habe noch nie einen Arme gesehen, der ein Junge kriegt hat. Ich auch nicht. Also, warum laufen die Arme... Spreche ich so schnell wie er oder spreche ich deutlich? Dann sprichst du sehr deutlich. Ich bin ein Österreicher und ich spreche langsam. Aber er spricht auch deutlich. Vielen Dank. Ja, aber sehr... Und das, was Sie mit der Zunge alles machen können. Ja, ja, Frau... Das möchte ich gerne im Kalenderrot ankreuzen. Frau Koller hat mir gesagt, was Sie alles mit der Zunge machen können. Ehrlich? Das würde ich gerne aufschreiben. Stehst du denn mehr auf junge Männer oder alte jetzt? Nein, auf gar keine mehr. Lustig, Leute! Aber war das damals nicht... Es war doch aber so, du hast dann gesagt, zu dem alten Millionär. Du hast doch zu dem alten Millionär gesagt. Wieso lacht der blöde Hund hier so? Ich bin so, ist doch lustig. Ja. Du hast doch dann zu diesem Mann aus Chicago, der Millionär war, gesagt. Liebe Frau Müller, wissen Sie, wie ich ordentlich bin? Wir sind uns einfach zu ähnlich. Ich bin ein Verwaltung. Wir reden parallel. Parallel. Was ist das? Ich sage gerade, wir reden parallel, weil wir beide Frauen sind. Aber Ihre Stimme ist so geil und sexy. Also da kann ich eh... Ich kann nur jetzt ein bisschen... Aber unter uns. Frau Koller. Nicht nur die Stimme. Frau Koller. Ach, das bist du, die mich hier stöhnt. Frau Koller. Ein Mann hat gerufen. Frau Koller. Ja. Trinken Sie, trinken Sie Ihr Wodka noch. Aber ich muss was erzählen. Ach, das ist ein schöner Wodka-Träger. Darf ich dir was sagen? Darf ich euch was erzählen? Hoch auf die Zara Leander. Ich habe eines Tages... Nein, lass mich chronologisch an. Die kommt noch. Das wäre ganz toll, weil... Sie hat übrigens Frank Sinatra kennengelernt. Und sie hat an seine Garderobentür geklopft. Und er hat mir gezeigt, how they could sing my way. Erzähl es ihm, er stirbt leicht. Weißt du, wie man my way singt? Was mir Frank Sinatra gesagt hat? Ja, sag es, sag es. Ich kann es auf Deutsch. Er hat mir es wirklich beigebracht. Ja, bitte. Mein Freund, mein Freund, einmal da fällt, doch auch für dich, der letzte Vorhang, du gehst von dieser Welt und dann kommst du an jenem Tor an. An jenem Tor an. Aber so von... Ja! Aber... Hast du dir so erfolgen, hast du dich in den Verlieb? Mir könnte ich grünen. Aber? Aber ich war damals schon verliebt in den Helmut Zink. Ach, das war schon so. Weil du schon First Lady warst. War er da schon Bürgermeister? Ich bin ja erst mit 40 in die Ehe eingestiegen, hätte ich nur noch ein bisschen gewartet. Ist aber auch sehr früh. Aber da lacht ein Herzen. Ich bin ja jetzt auch über 40. Nein, nein, das glaubt ihr niemand und das brauchst du doch nicht sagen, weil ich habe mein ganzes Leben zehn Jahre mich jünger gemacht. Fünf hast du dich jünger gemacht? Hast du dich zehn Jahre jünger gemacht? Natürlich. Mit 53 habe ich noch Eliza in my Fair Lady in der Wiener Volksruppe gesungen. Herrlich? Bis ich zu meinem Direktor gesagt habe, jetzt bin ich schon zu alt, wenn ich mich in solche Frisur schmink so. Und da hat er gesagt, ich sage, wann Sie aufhören und nicht Sie. Pardon, pardon. Und dann hat er nächstes Jahr gesagt, jetzt ist Zeit, jetzt können Sie gehen. Aber du hast es auch gemacht, wenn du ein Visum für Amerika gebraucht hast, hast du auch einfach gnadenlos... Nein, das ist eine Lüge, da hat die Presse Reklame gemacht, um den Helmut Zink, der damals Stadtrat war, eins auszuwischen. Echt? So ist das, wenn man ein bisschen bekannt ist. Du wirst es noch sehen. Du wirst es sehr schwer haben. Aber ich möchte ja gerne nur ein bisschen bekannt sein. Nur ein bisschen bekannt sein. Du lachst so blöd. Weißt du was? Wenn die mit dir einmal auskitscht, die am nächsten Tag in der Zeitung, das ist der Mann, der so schnell sprechen kann. Warum? Geht sie mit dem fort und dann... Ja wunderbar, das ist doch schön. ... und dann hat er Schweinereien. Ja wunderbar. Weißt du, was ich auch ganz scharf finde? Dass du seit 35 Jahren 55 Kilo wiegst. Ich habe noch nie 55 Kilo gewogen, Ralf, du schon? Du weißt was? Ich finde das so toll. Wie hältst du das? Ich habe jetzt nur mal 53 an der Hals. Warum? Wie machst du das denn? Sport, hast du gesagt? Ja, Sport, wenig essen, wirklich wenig essen. Ich werde ins Grab gehen und die werden heraus und schreien, sie hat nur von Salatblattern gesandelt. Das machen wir gleich, aber ich habe mal in Hamburg gefragt, ob die Hamburger eigentlich noch, weil du machst jeden Morgen mit einem Glas Wodka in der Hand ein Spagat aus dem Stand. Das ist jetzt völlig übertrieben, aber ich finde das Bild ist so lustig. Noch dazu, so, dann nehme ich die beiden Fußspitzen in der Hand, lege das Kino so auf den Boden. Und dann nüppelst du mit dem Strohham an den Wodka rum. Dann leite ich so und seit ich, seit ich, ja, und nicht nur das. Und ich war berühmt dafür. Und dann muss ich sagen, seit ich das zu Hause übe und nicht mehr im Theater auf der Bühne, kann ich nur mal einen Zwirn. Weißt du, was ein Spagat ist und ein Zwirn? Nein, Spagat weiß ich, aber ein Zwirn. Spagat ist was Kräftiges. Ein Zwirn ist so fein, was du so einfädelst. Ganz dünn und so klein. Wie sieht der aus? Da gucke ich nicht mehr hoch. Aber das komme ich jetzt schon nicht mehr in meinem Alter. Wollen wir uns mal angucken, ob Hamburg, guck mal. Wie dein Busen da rausspringt, ich habe meinen ganz verdeckt. Der ist jetzt auch schon unten. Wollen wir uns das mal angucken, wie ich Spagat mache und wie Hamburg Spagat macht vor allen Dingen. So, Kinders, und ob das hier irgendeiner in Hamburg noch kann, so ein Spagat, wie die Frau Koller, macht ja sowieso keiner mal was umsonst, habe ich 50 Ocken dabei, wir gucken mal, ob es klappt. 50 Euro, wenn mir ein Spagat macht. Kann denn einer von euch ein Spagat? Kann ich nicht. Geld stinkt nicht. So, Landen. So, und? So, Gerald. Sie können doch ein Spagat. Sie kommt doch aus dem Spagatland. Oh, nee. Können Sie nicht? Nee, kann ich nicht. 50 Euro für ein Spagat? Hunger. Nee, das heißt Schneidersitz. Ich habe mir Zeitung mehr. Was, man, so ungefragt. Flupfen oder nicht vor Fiefer? Nicht vor Fiefer. 50 Euro für ein Spagat? Sie sprechen doch deutsch, das sehe ich doch. 50 Euro. Sie sehen aber so aus, als könnten sie es. Ich kann das nicht. Weil von oben ordentlich was nachkommt, wenn sie runterhüpfen, wenn man so hüpft. 50 Euro, wenn man einen ordentlichen Spagat hinlegt, sodass die Klöten auf den Boden hängen. Ey, Bianca, komm mal her. Bianca, mach den Spagat. Die heutige Jugend ist extrem geil, geil, finde ich. Ja. Ja, die neue Dagmar-Koller. Ja, die neue Dagmar-Koller. Bitte schön. Ja, klar. Bitte schön. Schon wieder 50 Euro. Nee, die Klöten müssen auf den Boden hängen, sonst geht das nicht. Sonst geht das nicht. Weißt du, ich stelle mir vor, so klassisch Spagat, dass das so am Schluss so und dann sitzt man so. Tere. Komm, nimm mich doch rum. Komm, nimm mal. Oh, warte. So. So, Frau Koller, und jetzt kommen Sie, ohne Wodka. Oh, oh, oh. Der war extra für dich, Dagmar. Kinnas, und übrigens, wenn ihr Fragen habt, Bierdeckelchen für Dagmar Koller schreiben, ich hole die gleich ab. Weil vorher, ich muss noch ganz kurz was sagen. Weißt du, was meine absolute Lieblingsgeschichte in deiner Biografie ist? Ja. Die Geschichte mit Sarah Leander, die auf der Bühne stand und zu einer Zeit, als in Österreich, glaube ich, Alkohol im Theater verboten war, auf der Bühne stand und außen stand, umgekippt ist und scheintot wirkte. Ja, das war doch so. Und dann bist du los in die Kantine und hast gebettelt, ich brauche ein Wasserglas voll mit Wodka. Und die wollten dir das erst nicht geben, dann haben sie es dir gegeben. Und der Ehemann von Sarah Leander hat das komplette Wasserglas voll mit Wodka in diese scheintote Frau reingekippt. In dem Moment steht Frau Leander wieder auf und macht das Programm weiter, weil, Diagnose, Kreislaufzusammenbruch wegen Alkoholentzug. So war das. Aber ich muss sagen, warum das passiert ist. Die kleine Dagmar Koller durfte also die Garderobe neben der großen Sarah Leander haben, die immer, übrigens nackt drin gesessen hat beim Schminken, immer nackt. Ganz nackt. Ich habe das nie in meinem Leben nachher erlebt. Ich finde das eine schöne Tradition. Ich habe das nie mehr nachher erlebt, dass eine Frau so breite Schultern hatte und die war damals immerhin 74, 75, ganz toll, kaum einem Busen. Da waren so zwei braune Dinger da, das waren, glaube ich, die Brustwarzen. Und das war so eine tolle Frau und so saß sie dort. Und ich habe daneben die Garderobe gehabt und habe immer, weil ich eine sehr schwere Rolle hatte, ich war, mi, 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 mi und da habe ich eine Rolle gehabt, mi, mi, mi da stimme. Und da habe ich mir gedacht, ich mache hier eine Freude, wenn ich sie in Zahra, 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 Zahra. Und da hat sie geschrien, du Kleine Koller, komm rüber. Und dann bin ich rübergegangen, wieder, ich habe mich immer geschämt hinzuschauen. Ich habe mir gedacht, sie muss ja bescheiden sein und geliebt sein. Und da hat sie gesagt, komm, jetzt trinkst du mit mir Wodka. Und von da an haben wir immer Wodka getrunken. Und dann habe ich jeden Abend mit ihr vor der Vorstellung, nein, nein, ich hatte ihr nichts zu bieten. Und da habe ich immer mit ihr diesen Wodka vor der Vorstellung gesungen. Und dann waren wir natürlich auf der Bühne extrem lustig. Und das Publikum liebte uns. Hast du gar nicht Sexsänger? Ich kann ja nie, bevor ich auf die Bühne gehe, habe ich in meinem Leben noch keinen Tropfen Alkohol getrunken, weil ich so Angst habe, Kontrolle zu verlieren oder Texte zu vergessen. Nein, wenn man so ein Leben lang als Sängerin diszipliniert geübt hat und nichts geraucht, nichts getrunken, keine Männer, nichts. Und plötzlich kommt eine und die sagt, hau dir ein Wodka rein und das geht auf einmal alles von selbst. Ja, so war das alles. Auch die Liebe hat mir dann mehr Spaß gemacht. Frau Müller, kann ich noch einen Wodka haben? Frau Müller, noch einen Wodka! Frau Müller, her mit der Flasche! Okay, und jetzt singen wir. Und ich würde gerne Natascha reinbitten. Natascha ist eine ganz tolle Akkordeonspielerin. Meine absolute Lieblings-Hamburger Akkordeonspielerin. Schaffen wir drei das? Wer soll wo hier? Das müssen Sie spielen. Wir machen jetzt alle mal einen Spagat über den Tisch. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Und meine Strümpfanz! Ja, es ist gut! Es ist gut! Spagat, spagat! Ja, komm! Schatten! Es ist für die Flühe! Warum bin ich jetzt so klein? Wie weit kannst du raufheben? Wie weit kannst du rüber? Ja, ich komm runter! Oh ja! Komm, Peter! Peter! Hey! Hey! Ja, ihr trinkt jetzt noch mal eben und ich möchte was sagen, ich möchte auf mein Wodka. Möchtest du auf Wodka? Das Schöne ist, Natascha kommt direkt aus Russland und die weiß, wie man wirklich Wodka trinkt. Was sagt ihr dazu? Man sagt erst mal, auf dein Wohl. Und man trinkt nie mit kleinen Schlücken. Also, man trinkt alles gleich weg. Ach, alles Ihrer, Frau Koller. Das ist sie. Ja, den hab ich schon weggebracht. Bei so großen Einladungen gibt's immer schöne Blumen. Frau Müller, kann ich auch noch einen haben? Frau Müller, ein Wodka noch! Frau Müller? Müller, schön, kann ich auch noch einen Wodka noch! Einmal russisch! Nee, bist du irre? Das einmal! Ja, einmal russisch! Nein, 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 nein! Einmal russisch! Das kenn ich aus Russland! Ich war sehr oft, ich habe einen Monat lang in Russland getrunken. Guck mal, die reißt sich das volle Glas unter den Nagel! Ja, weil da Wasser drin ist, das hast du nicht gescheckt, ne? Nee, ja, nee! Nee, nee, nee! Scheiße! Komm, weg damit! Hast du noch Wasser? Nee! Lass proben's! Okay, weg damit! Das ist auch voll geil! Sie hat mein Wasser gesagt! Okay, komm, scheiß mal! Ah, jetzt muss man's wegschreißen! Ah! Ah! Komm hier im Wasser auch weg damit! Ah! Super! Frau Müller, ich mach alles wieder sauber! Frau Müller! Ich glaube, wir hätten den Kleinen, wir hätten ihm wirklich keinen Wodka geben dürfen! Frau Müller, den müssen Sie alles verzeihen, der ist noch so jung! Ja, mit meinem Wasser weg! Frau Müller, ich mach das alles selber wieder sauber! Ich versprochen! Ich versprochen! Der ist auch ganz nett! Das war auch lustig! Für die Kamera war das gerade super! Echt? Für Frau Müller war es doof! Aber das kriegen wir alles wieder hin! Nein! Frau Müller, ich verspreche, ich mach alles wieder sauber! Was schmeißen wir jetzt weg? Wir schmeißen jetzt nichts weg! Wir singen jetzt was! Das ist dein! Wir gehen die Haare so aus! Wo? Hier auf den Knie? Achso! Meine vielleicht? Wollt ich mal sehen, was ich für schöne Strümpfe anhab? Sind die neuen? Guck mal, da hab ich überall Glück! Ich geh ne Runde um den Block, wenn ihr über Schuhe quatscht! Strümpfe! Aber solange wir nur über die Schuhe quatschen, hast du nur Glück gehabt! Wir wollen singen! Wollt ich über Männer quatschen? Dann geh ich auch um den Block! Jungs! Hör zu! Ganz kurz Konzentration! Es gibt ein Lieblingslied in meinem Leben, das verfolgt mich seitdem ich zweieinhalb bin! Echt? Das heißt, Lippen schweigen! Das ist schön! Und das würde ich gerne von Natascha am Akkordeon gespielt hören! Und du und ich, wir singen den Danilo, wir singen quasi die untere Stimme! Sehr gerne! Und Dagmar, du singst die hohe Stimme, die Frau! Ja genau, so ungefähr! Willst du mal anfangen? Wir summen am Anfang nur mal mit, dann summen wir uns ein! Lippen schweigen! Schon klingt dummer dann! Wir singen Lippen schweigen! Lippen schweigen! Lippen schweigen! Lippen schweigen! Züstern geigen! Ach, ich lieb! All die Schritte sagen bitte! Ach, ich lieb! Jeler Druck der Hände, deutlich missverschrieb! Er sagt, das ist wahr, es ist wahr, du hast mich lieb! Also, ich lieb! Und? Lippen schweigen! Lippen schweigen! Ich lieb! Halt mich lieb! Hab ich Indes ladeswagen, Bitten! Halt mich lieb! Schweig! Halt mich mind провер, Der hat sich jetzt vorbeikommen. Vorsicht, Vorsicht! ... hat sich jetzt vorbeikommen. ... hat sich jetzt vorbeikommen. Er sagt, was ist, was ist wahr. Du hast mich lieb. Schatzilein, bitte, bitte. Ich musste so lachen. Keine Schuld. Das Schlimme ist, aber... Keine Schuld. Ich habe gesehen, während wir am Singmau... Es hatte leichte erotische Momente, fand ich auch damals. Fand ich auch. Was hast du gesagt, du kleine Sau? Genau. Das war das erste Kompliment des heutigen Abends. Du kleine Sau. Das ist was ganz Süßes. Du kleine Sau. Das ist was Süßes. Eine Sau ist intelligent. Ein Kleiner überhaupt was ganz niedliches. Absolut. Ja bitte. Du musst wieder raus. Ich darf ganz kurz... Nein, überhaupt nicht. Aber nur für einen Moment. Du kleine Sau. Kennst du auch die berühmtesten Wiener? Anständig. Sie ist die Moderatorin. Sie ist die Moderatorin. Das ist aber lustig. Das ist aber lustig. Lass sie endlich... Weißt du, weißt du? Du boo boo. Du geh gehEvery. Naomi doch oben. Heut die Goschen. Kann ich den Bierdeckel haben? hab ich schon gewöhnen? Ja sie hast Ja lauter fesche Leute . Oh toll 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 doll? Du sag mal, ich habe mir heute die Haare frisch gewaschen, die werden auch immer weniger. Aber das ist total gut, dein Haar, ganz toll. Ich müsste eigentlich da schauen, dass... Kleine Sau, du... Müsst du dich einmal kurz... Das ist ganz heftig. Ein ausgeschwappter Donaufetzen. Weißt du, was ich... Schrecklich süß, du bist da... Und konnte man... Ja, ihr seid beide so süß, ich will gar nicht aufhören jetzt. Ich auch nicht. Aber guck mal, kann ich ein alkoholfreies Bier haben? Nein, ich musste mich hier betrinken an deinem Abend hier, jetzt machst du mit. Wir fragen jetzt einfach mal, und zwar, konnte man früher ungehemmter Rum machen, weil es da noch keine Paparazzi und sowas gab? Es war alles viel einfacher, es war erstens mal romantischer. Man ist beim Piotr da hinten gesessen, eh nicht so weit weg, glaube ich, hier, und musste nicht Angst haben, wenn dann wirklich einer dich mitgenommen hat. Weil es gab kein AIDS. Nein, aber vor allen Dingen... Aber jetzt mal... Und kein HIV. Und kein HIV. Ja. Und es gab nur eigentlich die Zärtlichkeit, die Liebe. Aber jetzt sind die so arm, die jungen Leute. Die müssen nachdenken, was sie sich da draufstecken, und dann, und dann, und dann. Es geht aber, es geht aber, Frau Koller, es geht. Ich wüsste nicht, wie man es macht. Sie wüsste nicht, wie man es macht? Ich zeig's Ihnen nicht, das sage ich Ihnen. Oh! Ich habe hier eine Rolle mit Hans Klarin gespielt. Wer hat sich da drauf gespielt? Ja, mit Hans Klarin. Warte, wie war das, diese Puff-Rolle? Die kleine Sorte... Ja, ja. Das tut mir leid, aber ich bin so kurz davor aufzugeben. Ah ja, so lief der Film. Der Alkohol. Ach ja. Ich hatte immer Studien gemacht. Das stimmt. Als ich ihr Maladus gespielt habe, bin ich in die Rüse und den Nister nach Paris gefahren, um zu sehen, wie die Damen am Strich stehen und so. Und wie ich dann Hochwürden, Erb des Paradies, die Puffmutter gespielt habe, bin ich in einen Puff in Wien gegangen. Und da haben die mir gezeigt, wie die das Kondom drauf machen. Oh! Das ist mein großes Geheimnis. Ich sag's nicht hier. Aber es war toll. Wie es geht, das wissen schon die Damen. Nein, aber die haben ja einen Trick, die Damen. Das ist sensationell. Ich glaube, das Geheimnis ist, beim Abrollen immer in die Augen zu gucken. Um noch mal kurz zu antworten. Ist es so? Das gilt aber auch für danach. Ich bin weg. Das ist mir zu viel hier. Nein, nein. Was heißt denn Abrollen? Was ich einen Ärger kriege? Mit wem? Du meinst Liebe machen? Nein. Nein. Richtig. Ja, doch. Abrollen heißt jetzt Liegemache. Leider heißt Twix und Abrollen heißt Liegemache. Also in Wien. Du kleines Sau, du, du kleines Sau. Du bist wirklich eine Sau. Nein. Ja. Also bei uns. Ich bin raus. Ich bin raus. So, das war Ina. Nein. Nein. Nein, nein. Wir sagen jetzt nichts mehr. Frau Conner sagt jetzt nichts mehr. Okay. Waren Sie Ihrem Mann immer treu? Immer. Ach. Ja. Ich bin ja erst zu kurz verheiratet. Seit? Ich habe mich vorher ausgelebt. Dann habe ich gewusst, das ist der Mann des Lebens. Aber seit 30 Jahren. Ach so, ist das schon so lang? Ich glaube ja. Das ist aber ein Zeichen, dass es eine gute Ehe ist. Weil es hat mich nie, nein, es ist mir nicht mehr gekommen zu der Gedanke. Ui, das wurde ich wieder umgeschnitten. Dein Mann hat ja ganz öffentlich, glaube ich, damals mit großer Ausregung in Österreich gesagt, wir haben keinen Sex mehr, weil wir zu alt sind. Nein, das hat er nicht gesagt, sondern ich habe das leider gesagt. Ach so. Ich wurde von der Bild-Zeitung in Hamburg gefragt, wie sieht denn Frau Koller jetzt ihr Sexleben aus, nachdem viele Schicksalsschläge über uns waren. Und ich hatte gerade, ich bin in Pension, nennt man das, in die Rente gegangen und war vom Theater weg und habe dann so ganz frech gesagt, Mensch, ich bin so froh, dass ihr Ruhe habt. Eine Ruhe. Nicht Ruhe. Nicht krank im Bauch. Auch da war ich im Truppeninstitut, die haben mich gerettet. Aber eine Ruhe. Und da haben die am nächsten Tag geschrieben, die hat keinen Sex mehr. Und das haben sie sich gedacht. Ehrlich? Und das hat mich so tief gekränkt. Ich habe so eine Zärtlichkeit wie nie zuvor und ich kann euch nur sagen, älter werden ist absolut spitze, weil man dann einen anderen Sex macht. Hättet. 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 Kinders! Und weil wir hier so beschäftigt waren, haben wir gar nicht gemerkt, dass ein riesen Umbau stattgefunden hat, wenn ihr mal guckt, das ist das Glas-Blass-Sink-Quintett, ganz tolle Jungs, aus Berlin heute abend bei uns. Und wir hören jetzt, schon alles aufgebaut und ich hab gedacht, auch vor allen Dingen Und passend zum Abend, als ich deine Biografie mit dem ganzen Wodka und so gelesen habe und als ich wusste, du trinkst nur grünen Tee und hast aber einen Porsche, da habe ich mir gedacht, das Einzige, was heute passen kann, ist Liedgut auf Leergut. Das Blas Blas Ding Quintett. Das Blas Ding Quintett 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 Ja, Mikey! Oh, Matela! She takes me money and runs by the trailer! Everybody now! Oh, Matela! Oh, Matela! So, Kinder, das war's! Kinder, das war's! Herzlich willkommen! Heute mit den Ruf-Corsani-Jungs! Natürlich mit Dagmar Koller! Mit Ralf Schmidt! Mein Tandy-Kor war dabei! Wer war noch dabei? Wer war noch? Ich komm dir näher dagegen an! Ihr habt viel Spaß gemacht! Ich hab so viel Wollkappel getrunken! Und nicht so süß, gekocht werden heute nicht! Weil wir wollen alle 35 Jahre lang auf 25 Kilo wiegen! Und so wie Dagmar Koller! Es war ganz toll! Tschüss! Okay!